Wir sind jetzt ca. die Hälfte der Regular Season, aber jetzt können wir sicher zufrieden sein mit unserer Leistung. Wir haben im Defensive extrem solid gespielt, die Schieben gut herausgebracht und sind so noch gut in die Offensive gekommen. Wir nehmen immer noch zu viel Strafe, die den ganzen Rhythmus bricht. Wir haben viel Höchst und Tiefs, aber im Grossen und Ganzen sind wir zufrieden. Wir wissen ganz genau, dass wir uns die restlichen Spiele der Regular Season verbessern wollen, damit wir bereit sind für die Playoffs. Wir spielen heute Abend gegen Lugano. Ich glaube, Lugano ist ein sehr talentiertes Team und sehr skilled. Das heisst, sie sind extrem gut 1 gegen 1. Sie haben gute Spieler, die immer gefährlich sind. Und was sie extrem gut machen, ist die Transition. Sie gehen extrem gut in die Offensive und sind gefährlich vor unserem Goal. Ich glaube, es ist extrem wichtig auch, dass wir gut defensiv spielen und vor allem wenig Strafe zu lassen. Denn ihr Powerplay ist auch extrem gut. Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!